Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt von ProfiShop.de, Ihrem Online Outlet für Merkensofas. Heute ein echtes Edelstück von CoinWor. Francis heißt das gute Stück. Sofa B Kufeschwarz Anilinleder D Tara Zair. Im Moment ist schwarz wieder absolut in, vor allem auch metallschwarz, kufenschwarz. Das ist einfach klassisch, ruhig, kann man gut kombinieren. Und hier habe ich ein Anilinleder, das ist butterweich. Wir sind hier im Schnäppchenkeller, wir haben jetzt hier vielleicht 15 Grad, 16 Grad. Aber das Leder ist angenehm, das nimmt sofort die Körpertemperatur an. Klasse. Natürlich, so ein Leder ist etwas pflegeintensiver. Nichts für Kindergeburtstage, nichts für Leute, die was Unproblematisches wollen. Hier muss man schon mit Anilinleder Pflege zweimal im Jahr ran. Und wenn Flecken sind, gleich ran. Und dann bleibt das Leder auch schön und geschmeidig. Das Modell kann viel. Francis ist auch öfter schon vorgestellt. Sie können hier die Arnteile klappen, ganz einfach. Sie können den Rücken klappen. Sie haben im oberen Rücken dann nochmals ein Scharnier, das Fernsehscharnier, sage ich. Und damit sie nach vorne schaut. Wenn ich jetzt noch einen schönen Hocker habe, wunderbar. Das Schöne ist halt, Sie haben hier die absolute Flexibilität. Und das ganze Ding wird doch sehr leicht mit dieser leichten Rampe. Hohe Bodenfreiheit, 18er Bodenfreiheit. Damit klickt man Leichtigkeit hin. Ein Hochlehnkomfort. Ich stelle es mal hoch, dann muss ich das drücken. Aber nicht zu hoch, weil sonst wirkt das Ding wieder dominant. Sie haben dann kein Design. Ich kann also die Schultern anlegen, der Kopf nicht. Den kann ich nur anlegen in der hinteren Position. Ich setze mich mal hier hin, wenn ich ein bisschen vorrücke. Dann ist das kein Problem. Francis von Kölner. Ein Stück für Leute, die es designen wollen und trotzdem sehr bequem. Und speziell dieses Stück für Leute, die ein Schnäppchen machen wollen in einem Top-Leder. Schwarz. Hier Francis von Kölner aus einem EDV-Fehler. Es wurde jetzt irgendwas Falsches produziert. Absolut neue Ware. Kaum original verpackt zu uns. Ist ein absolutes Traumstück für alle, die es bequem mögen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Eine Bitte noch, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Jeden Tag machen wir ein neues Video für Sie. Produktvorstellungen, Tipps der Woche, Tipps für Sie, Kundentipps und so weiter. Schauen Sie einfach rein und bleiben Sie uns gewogen. Dankeschön. Und tschüss, Ihr Lutz Reinhardt von profichnapp.de Und tschüss, Ihr Lutz Reinhardt von profichnapp.de